Wenn Sie in Lumion einen Bildschirm haben, welcher einen eigenen texturierbaren Bereich des Bildschirms beinhaltet, dann kann dieser auch einen Film ablaufen lassen als Material. Hier verwechseln Sie in das Materialienmenü, wählen die Bildschirmoberfläche aus, im Materialmenü die Materialbibliothek per Doppelklick öffnen, wählen Sie dann aus den neuen Materialien das Standardmaterial aus, denn dort können Texturen geladen werden und als Textur eignen sich auch MP4 Filme, welche nicht größer als 50 MB sind. Dann wählt man einen Film aus, dieser wird dann auf dem Bildschirm, je nach Größenverhältnis, platziert. Den Texturmaßstab können Sie skalieren, je nachdem wie groß Sie es brauchen. In der Regel wird es 1 sein. Nutzen Sie dann auch die Offsets hier unten, um den Film zu platzieren. Mit gedrückter Umschalttaste kann das Ganze auch langsamer verschoben werden. Und wenn der Film platziert ist, ist der Bildschirm damit soweit, zu einem Heimkino mit Hilfe der Textur als Material umgebaut worden. Nutzen Sie dann noch die Spiegelung und den Glanz, wie der Bildschirm reagieren soll. Je nach Szenerie, was noch notwendig ist, könnte es notwendig sein, hier bei den Einstellungen das Ganze noch ein wenig leuchten zu lassen oder mit den anderen Schieberegeln zu steuern, wie der Film laufen soll. Dann haben Sie den Film als Material definiert. Das wird dann nur noch mit dem Häkchen abgeschlossen. Dann können Sie hier weiterarbeiten, während der Film die ganze Zeit läuft. Das Ganze kann natürlich auch zur Fotoberechnung genutzt werden. Stellen Sie eine Perspektive und Effekte ein, damit das gerendert wird. Wenn im Film-Modus Lumions ein Film aufgezeichnet wurde, sieht man, wie sich das auch hier auswirkt, wenn man den Film verfolgt. Stellen Sie dann noch die Effekte ein, welche für den Film und dessen Rendering notwendig sind. Und dann lassen Sie Ihren Film in Lumion rechnen.